Musik 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 Das Ganze wird nur aus Sari-Storf in Weiß. Alles geändert. Geuta, herzlichen Dank an dich. Wunderschöne Dirndl, wirklich. Ganz toll. Die Bewegung der Models, das fand ich gut. Ich habe noch nie in meinem Leben so schöne Dirndls gesehen. So, jetzt kommen wir mal hin zu dem Thema mit den Mieten. Denn liebe Männer, liebe Frau Frömpf, ein Rock aus Wildseile, herrlich mit den Mieten versetzt, der Glitzer Scharivari oben am Ausstimmen. Richtig Applaus! Ja, aber es ist alles ein Schmink. Ja, und auch von Ani Namé, diese fantastische Modelle. Hier sehen Sie eine besondere Korsage. Und auch die Lederleggings. Das ist voll an Ida Memo und ein Lendling. Stopp! Vielen Dank! Einen wunderschönen Korsage. Kannst du gleich anlassen bei Nacht. Na, da hält die Kamera drauf. Lass mich noch ein bisschen tanzen. Vielen Dank, liebe Simone! Jetzt wird es spannend. Die Schürze von Hand mit Swarovski-Steinen veredelt. Und zwar mit der Kleidigkeit von 8000 Swarovski-Steinen. Jetzt ist die Designerin, die Künstlerin, die Allgastro-Wertschätigkeit. Schließend Applaus für Anja Württemberger! www.ardinab.de Ich werde bald von dir auch mit uns hören. Und Anja Janski, danke. Du bist eine der kreativsten Frauen, die wir jemals kennengelernt haben. Hat es dir gefallen? Bist du zufrieden? Mir hat es gefallen. Den Leuten hat es gefallen. Zufrieden? Bist du nie. Aber eigentlich ist es okay. Wir machen ihren Film.